Ja, ich bin die Mama von der Melanie und ich sage zuerst einmal schon einfach Dankeschön, die Gelegenheit wahrnehmen zu können. Für meine Melanie, für Sonntag, für die Typisierungsaktion im Bürgersaal am 15.03. zwischen 12 und 16 Uhr, diese Bitte einfach zahlreich erscheinen. Jede Spende kann ein potenzieller Stammzellenblutspender sein und dafür hoffe ich, bete ich, appelliere ich und bitte ich die Landsoder und Umgebung, dass sie zahlreich im Bürgersaal erscheinen. Es ist für einen riesigen Zweck, es ist einfach für meine Tochter und jede Mutter wird mir das wahrscheinlich nachempfinden können und wir kämpfen dafür und ich hoffe, es sind genug Freiwillige, die den Weg nach Ergolding nehmen.